ja hallo kinder grüß euch mal wieder ich habe eine neue sportart erfunden die nennt sich flowing werde ich euch in einem der nächsten videos mal vorstellen das ist hier nur mal so ein kleines ich bin mal wieder da mal wieder lebenszeichen von mir video und mal gucken wie lang das dauert bis ihr scheiß bratzen merkt dass ich mal wieder zurück auf der bildfläche bin wahrscheinlich ein paar monate bis der kommentar oder der erste aufruf unter diesem scheiß video ist da sieht man mal wieder was ihr für scheiß fotzen seid alles klar ich verabschiede mich und das nächste wird dann super krass geile flowing video sein wo ich euch erstmal meine neue von mir erfunden sportart erklären werde bis dann erstmal macht's gut die